Hier herrüber! Auf dem Weg! Dann hätte ich aber gerne... Gucken wir mal was wir noch haben. Wir haben ja noch ein paar Freunde in Petto. So, tschau. Schau, ob die was bringt. Schau, ob die was bringt. Schau, ob die was bringt. Angriff! Aber wie schlecht? Wenn ich das nicht in den Tiefen kann. Weil der noch schadere Zeit verursacht. Attacke! So. Nächster Kompadere. Pikachu! Donnerblitz-Attacke! Pikachu! Donnerblitz-Attacke! Wie das denn? Und so endet die Geschichte des beiden. Ja, wie das denn? Ich denke... Nein, du denkst nicht! Nein, du denkst nicht! Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. 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 Und so endet die Geschichte des Barden. Ich denke... Nein! Das wird natürlich dämlich, aber ich muss da hoch. Das ist mein einziger Ansatz für mich zumindest. Oh, das ist schlecht. Okay, das ist nicht anders. Das ist schlecht. Ich stehe! Ich speichere mal kurz ab, dann habe ich den schon mal in den Gesicht. So. Ja, das ist jetzt die Pussy-Val-Wand. Das tut mir leid, aber irgendwie... ...hut mir vorbeikommen. Au! Hör mich mal bitte! Hör mich mal bitte! Hör mich mal bitte! Einen Moment, Hübscher! Hallo, 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 hallo! Nicht den Hund! MICH! Das war natürlich dämlich! Riesig dämlich! Er braucht meine Hilfe. Ich. Und so endet die Geschichte des Baden. Das sagt er ein Sätzchen. Das hat er keinen Bock. Ich hab mich jetzt noch nirgendwo irgendwie nochmal auf. Halt mich dann, oder? Den Baumschubster müssen wir aus dem Weg schaffen. Ich muss an dem vorbei. Tut mir leid, ich muss erstmal an dem vorbei. So. Komm jetzt. Die heilt mich auch immer nicht. Das ist zum Kotzen, ey. Das ist unsere Geschichte. Aber bei so einem glücklichen Ende. Hältst du mich bitte? Hältst du mich bitte? Das ist so krass. Wie, wie die. Was die für eine. Man sieht auch nicht, wann die irgendwie mal angreifen. Hopp jetzt. Stirb jetzt. Geh doch. Das Problem ist, dass ich in der Zeit keine Ahnung habe. Hältst du mich bitte? Okay. Ja genau. Dann gehst du drauf und dann bin ich auch gut. Fixlatten. Ich muss das jetzt schneller wieder weg. So dass ich das Teil ziehen kann. Ich könnte die sehr gut brauchen, Leute. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Herrgottzack. Boah, jetzt habe ich die ganzen Kristalle hier rausgeblasen. Wie der dumm Toller hier. Ja genau. Genau, genau. Da kann jetzt ganz viel machen gerade. Ich. Und es endet die Geschichte des Barden. Frustrierend. Okay. Müssen wir noch Schaden geben. Das bringt einfach nichts. Ich kann natürlich den Hund vorne lassen. Das bringt natürlich genau weniger. Das Problem ist, die Spinne hält nichts aus. Die teilt schon aus, aber die hält nichts aus. Ab jetzt. Angriff zu mir. Attacke. Attacke. Warum mache ich eigentlich so wenig Schaden? So, jetzt haben wir nur noch einen. Den muss ja nur noch zwei. Der muss ja nur noch ihr Schaden haben. So. Weg, 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 weg. Ich werde euch fern. Macht das. Nicht kämpfen. Oh, wieso kämpft denn die? Das ist nur ein Hellcharakter. Bleib hinten. Wartet hier. Ich werde hier warten, meine Hilfe. Ich werde hier warten. Zu mir. Einen Moment, hübscher. Zu mir. Einen Moment, hübscher. Bleibt, wo ihr seid. Ich werde hier warten. Zu mir. Einen Moment, hübscher. Hier herüber. Bleibt, wo ihr seid. Ich werde hier warten. Jetzt ist er da, oder? Hier herüber. Einen Moment, hübscher. Nochmal, oder? Jetzt geht's hier wieder weiter. Wartet hier. Ich werde hier warten. Zu mir. Wartet hier. Ich werde hier warten. Und so endet die Geschichte des Baden. Ich werde wütend. So. So. Hier herüber. Angriff. Angriff. Attacke. Also. Oh, das war. Ich werde hier hinten kommen. Guck, Guck! Guck, Guck! Guck, Guck! Guck, Guck! so wieder speichern es tut mir leid es geht nicht anders an der stelle jetzt wird es richtig lustig ich will noch mal schnell den defikus hier wobei ich hole mir mal vielleicht weißt du ein bisschen was ihr braucht meine hilfe warten noch bis die energie aufgeladen ist ich werde das da mal ein bisschen vorspulen also armin spult das da mal vor bitte so Musik 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 Auch das ist wieder ein Speicherpunkt-Welt. Musik 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 I wouldn't be too sure he's on your side. If he leaves at every chant, you should kick him in the file. His strong point doesn't seem to be a guide. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming true. In the pickle you'll be stuck, like a chicken you will clock. Oh, it's bad luck to be you. Had you noticed it while traveling on this path? The bodies you've encountered felt the wrath. Kunal throw are very scary. And a few a bit too hairy. And there aren't mixed things so bad, they need a path to you. Oh, it's bad luck to be you. Don't think for just a second it's not true. When your life is run amok, you will see that you're the schmuck. Oh, it's bad luck to be you. It's really bad luck to be you. Nobody could disagree. It's a freakin' guarantee. It's bad luck to be you. Tell me again. Tell me again. Tell you to us. Prost und herzlich willkommen, das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo, Joden, doch es ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid, wenn's schiefkriegt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun, wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan, getracht hat es nichts, drum ein Ding, wenn's schon tat. Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt, dann gebt mir euch Respekt und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist hier jetzt mal Schluss.